Als wir hier reinkommen, die Augen wurden immer größer, also die ganze Technik hier noch nie gesehen und noch nie erlebt, also es ist wunderbar. Also ich bin voll zufrieden und auch mit den Mitarbeitern, dass die hier alle Deutsch sprechen. Man kann sich gar nicht sagen, der fährt nach Bulgarien, kommst du da mit der Verständigung zu retten, also hier läuft alles super. Vielen Dank.